Du bist auf der Suche nach einer Smartwatch und hast ein Budget von 100 Euro? Dann hast du das richtige Video gefunden, denn in diesem Video stelle ich dir die Top 5 der besten Smartwatches unter 100 Euro vor. Ich teste hier auf dem Kanal regelmäßig die besten Smartwatches und kann dir dementsprechend aus eigener Erfahrung über die Vor- und Nachteile der einzelnen Uhren berichten. Außerdem habe ich euch in der Videobeschreibung auch noch ausführliche Testberichte zu jeder Smartwatch auf dieser Liste verlinkt. Und zusätzlich findet ihr in der Beschreibung auch noch einen Link zu einem Beitrag auf meiner Website, in dem ihr noch weitere gute und günstige Smartwatches findet. Die Liste ist übrigens geordnet. Wenn ihr also wissen wollt, welche die aktuell beste Smartwatch für unter 100 Euro ist, bleibt unbedingt bis zum Ende dabei. Aber jetzt möchte ich euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Hier sind die besten Smartwatches für unter 100 Euro. Als erstes haben wir hier die Amazfit BIP, die für unter 100 Euro gleich schon einmal eine Menge zu bieten hat. Vor allem die Akkulaufzeit von über 30 Tagen und der integrierte GPS-Sensor sind hier große Pluspunkte. Die Uhr kann außerdem Anrufe und Benachrichtigungen von deinem Handy anzeigen und ist mit einer Wetteranzeige und einem Kompass ausgestattet. Was ich aber etwas vermisst habe, ist eine Musiksteuerung, die es hier leider nicht gibt. Und dafür kann man aber mit vier verschiedenen Sportmodi seine Workouts aufzeichnen, was dank einem integrierten Barometer, GPS und Herzfrequenzsensor auch wirklich gut funktioniert. Ebenfalls sehr gut gefallen hat mir das praktische Always-On-Display der Amazfit BIP. Dank einem sehr energieeffizienten TFT-Screen lassen sich wichtige Daten wie die Uhrzeit und Schrittanzahl dauerhaft auf dem Display anzeigen. Das bringt aber eben auch den Nachteil mit sich, dass das Display zum einen nicht besonders hübsch aussieht und zum anderen teilweise etwas zu dunkel ist. Insgesamt ist die Amazfit BIP eine sehr schlichte Smartwatch, die sich auf das Wesentliche beschränkt und dementsprechend auch für einen sehr guten Preis zu bekommen ist. Wer sich also nicht an dem sehr schlichten Design der Uhr stört, bekommt mit der Amazfit BIP für unter 100 Euro eine sehr solide Smartwatch. TicWatch hat sich auf Budget-Smartwatches spezialisiert und die GTH ist eine ihrer neuesten Smartwatches, die sich diesmal vor allem auf die Überwachung und Verbesserung der Gesundheit konzentriert. Die TicWatch GTH hat ein 1,5 Zoll LCD-Panel mit 360x320 Pixeln. Also ein recht einfaches Display im Vergleich zu den AMOLED-Displays, die man bei anderen Smartwatches bekommt. Auch wenn sie äußerlich mit ihrem Plastikgehäuse und Display mit großem schwarzen Rand nicht gerade ein Hingucker ist, hat die TicWatch GTH für einen kleinen Preis aber wirklich eine Menge zu bieten. Sie hat 14 Trainingsprofile an Bord, darunter Gehen, Indoor- und Outdoor-Laufen, Indoor- und Outdoor-Radfahren, Seilenspringen, Rudern, Freestyle-Training, Bergsteigen, Gymnastik, Fußball, Basketball und Yoga. Aber es gibt leider kein GPS, was bedeutet, dass man beim Aufzeichnen von Laufen und Radfahren auf eine präzise Messung der Geschwindigkeit und Strecke verzichten muss. Für das reine Sport-Tracking ist sie also nicht die beste Wahl. Der eigentliche Reiz der TicWatch GTH liegt aber darin, dass sie kontinuierlich die Herzfrequenz, den Stress, die Körpertemperatur und den Sauerstoffgehalt im Blut überwachen kann und dadurch eben helfen kann, Anzeichen verschiedenster Krankheiten frühzeitig zu erkennen. So eine kontinuierliche Überwachung der Gesundheit bekommt man normalerweise nur in deutlich teureren Uhren. Ihre Smartwatch-Funktionen sind hingegen ziemlich einfach gehalten und vor allem die Unterstützung für Benachrichtigungen ist ein wenig rudimentär. Die Funktionen zur Gesundheitsüberwachung funktionieren dafür aber alle ziemlich gut, auch wenn die Herzfrequenzmessung und das Schlaf-Tracking noch etwas feinschliff vertragen könnten. Insgesamt bietet die TicWatch GTH für ihren Preis aber eine wirklich gute Leistung, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass Mobvoi das Ganze in ein etwas schöneres Design verpackt hätte. Eine der besten Smartwatches für unter 100 Euro ist die Maceway BEP-U Pro, die ein schickes Design und vielseitige Funktionen mitbringt. Erstaunlich ist auch, dass sie sich trotz ihres günstigen Preises beim Tragen hochwertig und ergonomisch anfühlt. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die robuste Bauweise mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 5 Bar. Dazu kommt dann auch noch ein hochauflösendes TFT-Display, das erstaunlich schicke Farben und Kontraste zeigt. Doch die BEP-U Pro kann nicht nur äußerlich überzeugen, sondern bietet auch wirklich viele verschiedene Funktionen und Features. So kann sie beispielsweise die Herzrefense, das Stresslevel und sogar den Sauerstoffgehalt im Blut messen und bietet mit dem PAI-Score auch ein tolles Aktivitäts-Tracking. Für Sportler sind über 60 verschiedene Sportmodel sowie ein integrierter GPS-Sensor verfügbar, mit dem man beim Laufen und Radfahren auch seine Strecke und Geschwindigkeit präzise aufzeichnen kann. Und natürlich ist die Maceway BEP-U Pro für den Alltag auch mit nützlichen Smartwatch-Features ausgestattet. So kann man beispielsweise Benachrichtigungen und Anrufe von seinem Handy auch direkt auf der Uhr sehen, aber eben leider nicht beantworten. Dazu kommt dann noch einige kleinere Funktionen wie ein Wecker, eine Musiksteuerung, ein Timer, eine Wetteranzeige und was besonders cool ist, auch eine Alexa-Sprachsteuerung. Abgerundet wird das beeindruckende Gesamtpaket der Maceway BEP-U Pro dann vor einer ausgezeichneten Akkulaufzeit von 9 Tagen. Wer lieber eine runde und etwas klassischere Smartwatch haben möchte, bekommt mit der Huawei Watch GT Sport eine wirklich tolle Smartwatch, die erstaunlicherweise für unter 100 Euro zu bekommen ist. Denn den günstigen Preis merkt man ihr durch ihr Edelstahlgehäuse und die insgesamt hochwertige Verarbeitung überhaupt nicht an. Auch ihr AMOLED-Display sieht wirklich schick aus und hat mit 454x454 Pixeln auch eine gestochen scharfe Auflösung. Außerdem ist das Display mit einem Always-On-Modus und einer automatischen Helligkeitsanpassung ausgestattet, was bei einer Smartwatch für diesen Preis wirklich nicht selbstverständlich ist. Durch ihr Edelstahlgehäuse und die Lunette, die das Display vor Stößen schützt, macht die Watch GT außerdem auch einen sehr robusten Eindruck und kann dank einer Wasserdichtigkeit von 5 Bar auch zum Schwimmen und Duschen getragen werden. Auch was das Sport- und Aktivitäts-Drecking angeht, hat die Uhr einiges zu bieten. Die Watch GT ist mit einem Herzfrequenzsensor und GPS ausgestattet. Dadurch ist es möglich, deine sportlichen Aktivitäten umfangreich aufzuzeichnen und mit Hilfe von zahlreichen Sportprofilen kann während des Trainings nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch die zurückgelegte Strecke und die Geschwindigkeit gemessen werden. Für anspruchsvolle Sportler kann die Uhr sogar verschiedene Pulszonen anzeigen, den VO2-Maxwert messen sowie deine Trainingsbelastung bestimmen und eine Empfehlung geben, wie lange du dich erholen solltest. Und natürlich kann die Uhr auch deine tägliche Aktivität, deine Herzfrequenz und deinen Schlaf aufzeichnen. Worauf man aber leider verzichten muss, ist eine SpO2-Messung. Wer jedoch bereit ist, ein paar Euro mehr auszugeben, bekommt mit der Huawei Watch GT 2e eine fast identische Smartwatch, die nun aber eben auch mit SpO2-Messung und einem Musikspeicher ausgestattet ist. Sowohl die Huawei Watch GT als auch die GT 2e kommen außerdem auf eine sehr gute Akkulaufzeit von 14 Tagen. Die meiner Meinung nach aktuell beste Smartwatch für unter 100 Euro ist die Amazfit GTS 2 Mini. Die GTS 2 Mini ist eine weitere günstige Amazfit Smartwatch, die preislich zwischen der günstigen BePU Pro und der vollwertigen GTS 2 liegt. Was ist jetzt also der Unterschied zwischen der BePU und der GTS 2 Mini? Die GTS 2 Mini ist ein wenig stylischer und hat ein besseres AMOLED-Display statt dem TFT-Screen der BePU. Die Gehäusematerialien und die Verarbeitung sind ebenfalls etwas besser und die Uhr ist etwas kleiner und kompakter, was sie vor allem für Leute mit schmalen Handgelenken sehr attraktiv macht. Und da sie eben nur geringfügig teurer als die BePU ist, ist sie meiner Meinung nach den kleinen Aufpreis absolut wert. Die nächste Frage ist also, warum sollte man die GTS 2 Mini anstatt der normalen GTS 2 kaufen? Nun, auch dafür gibt es gute Gründe. Die einzig wirklichen Abstriche gegenüber dem GTS 2 Flaggschiff sind der Musikspeicher und der integrierte Lautsprecher und der Offline-Sprachassistent. Und all diese Elemente haben mich bei der GTS 2 nicht richtig überzeugen können. Man bekommt mit der GTS 2 Mini also eine deutlich günstigere Version der normalen GTS 2, ohne dass man dafür auf viele wichtige Features verzichten muss. Die GTS 2 Mini verfügt über ein 40mm Gehäuse im Vergleich zu dem 42mm Gehäuse der GTS 2 und schrumpft auch dem Bildschirm auf 1,5 Zoll. Die Auflesung ist ebenfalls auf 306x354 Pixel reduziert, erreicht aber immer noch eine sehr hohe Pixeldichte. Die GTS 2 Mini ist mit 20g, außerdem extrem leicht und man bekommt immer noch GPS, SPO2 und Herzfrequenzsensor und 14 Tage Akkulaufzeit. Dazu kommt dann auch noch ein tolles Sporttracking mit über 60 verschiedenen Sportmodi. Und all das bekommt man fast für den halben Preis, den man für die normale GTS 2 zahlen müsste. Das macht die Amazfit GTS 2 Mini meiner Meinung nach zu der besten Smartwatch, die man aktuell für unter 100€ bekommen kann. So, das waren die besten Smartwatches für unter 100€. Lasst mich gerne mal unten in den Kommentaren wissen, welche der Smartwatches euch am besten gefällt oder ob ich noch eine Smartwatch für unter 100€ vergessen habe. Ansonsten gebt dem Video gerne einen Like und abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos wie dieses hier sehen wollt.